Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Völser Zwiebelsuppe. Es gibt in Tirol in den Alpen zwei Orte, die Wöls heißen, einer liegt westlich von Innsbruck im österreichischen Nordtirol, der andere im Eisacktal nordöstlich von Bozen in italienischen Südtirol. Und von letzterem stammt die Völser Zwiebelsuppe. Für vier Portionen Personen werden folgende Zutaten benötigt. Zwei Zwiebeln, 60 Gramm Butter, 30 bis 40 Gramm Mehl, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Liter Fleischbrühe, 2 bis 3 Esslöffel Brotwürfel. Folgende Utensilien werden benötigt. Küchenbrett und Kochmesser, größerer Topf, Pfanne. Zubereitung Die Zwiebeln schälen und würfeln. In der trockenen oder nur wenig gefetteten Pfanne die Brotwürfel rösten. Im Topf die Butter erhitzen und darin die Zwiebeln glasig dünsten, mit Mehl bestäuben und goldbraun rösten. Mit den Gewürzen abschmecken und aufkochen. Sofort heiß mit den Brotwürfeln bestreut servieren. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!